was muss sein und deswegen sind wir hier bei it takes two hallo und herzlich willkommen zurück mit dieser krassen explosion ja schatz das hast du wieder gut hingekriegt was das war glaube ich nicht so gewollt wo bist du hin bin auf die andere seite gerade ich kann hier nicht rüber mehr ich habe keine ahnung was wir hier machen so ach so warte mal die die okay warte mal zielen und r2 ist dann waffe aufladen ich verstehe es aber ehrlich gesagt gerade nicht so ich kann hier nicht ziehen ach so das ist die andere ach so ich meine war das gar nicht das was ich jetzt treffen sollte boah bin ich schlecht ja aber das das ist komisch zu steuern ich finde ich ja das ist allerdings richtig und ich spiele es mit tastatur ich bin kein mapp ich bin kein spieler nicht das müsste ich mit tastatur spielen ich kann nicht viel mit dem scheiß drecks controller das kann ich auch nicht bin kein controllerspieler definitiv nicht was ich habe zwei und du hast wieso zwei ich habe ganz viele pöppel dran was hätte man da machen müssen du hast die pümpel über du hast überall rechts und links dran gemacht du musstest die ziele treffen ja hab ich ja nein ich habe die ziele getroffen an den ganzen ziel scheinen war ganz viel dran ach komm egal das war wieder so ein kackspiel ganz ehrlich ähm okay sagen wir uns einmal warte mal von da sind wir aber doch gekommen ja aber hier ist doch hier kann man doch irgendwo durchgehen und ich ja da hinten steht was nein da steht nichts das ist eine brücke okay von da sind wir da nicht gekommen nee nee okay die ist kaputt warte mal soll man da rein springen das ach jetzt bleibt es aber da vorne stehen die frage ist jetzt nur wohin okay also das hat schon mal nicht geklappt aber ich bin trotzdem hier das ist schon mal kurz das ist nur sägewerk scheiße aus der mitte die raus darf nein hä was ist das denn ich kann nicht schießen ich kann auch nicht machen wir ausweichen glaube ich kann nämlich auch nichts machen nur ist gut nein so schnell komme ich nicht rüber ja genau ich war gerade wieder da und bin halt durch ich bin tot mich verarschen ich komme wieder aber was muss mir noch machen ja wir müssen ausweichen was anderes kann ich jetzt hier gerade gar nicht mal an zielen oder so kann ich aber mal sprengen kann man auch aber ich du? oh oh aua ich sehe sie mich wow ah ich bin runter gefangen scheiße okay ich komme wieder oh jetzt wieder ausweichen da kommen wieder tausende da kommen wieder tausende ne ich kann mich noch bewegen oh es ist eine rena ja geil das erinnert mich an t so ein bisschen dieser rena in quatsch oben der hat auch so ja an quatsch musste ich nicht denken aber die andere es gibt keine andere doch es gibt ganz viele ich glaube in schlittermarkt ach du scheiße da kommt der Kartoffelkäfer ne oder ne äh hirschkäfer oder was das auch immer ist ich auch nicht ich bin überhaupt nicht schuhe da äh versuch auf die dinge zu treffen oder? was für dinge hier äh spring ja was hier was hier hinten steht diese dinge hier meine ich ja ich glaube nicht ach so der geht da drauf ne ach scheiße okay ja du musst es vorher auffüllen ja 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 okay äh ah fuck scheiße jetzt 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 jaha ich bin tot nein nein ich hab gerade bin ich fast wieder da gewesen ja und ich bin gesprungen und trotzdem hat der mich erwischt aber wir wissen jetzt zumindest schon mal was wir machen müssen wo ist er? ich vergesse immer scheiße ah ich bin tot Achtung ja bin wieder da ich hab die dinge aufgefüllt ach so man muss wieder hinlaufen den Typ ach scheiße war noch nicht nah genug dran warte mal jetzt 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 cool einmal haben wir okay oh 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 er ist nicht da genug dran ja ja hier hier ne ne ist nicht da genug dran ne glaub ich auch nicht nein ach was macht der für Wellen ich bin tot halt durch scheiße ich hab zu früh gezündet pass auf geh weg geh weg ja ich bin wieder tot ey hu nein der ist gesprungen oh was war das denn man ich bin wieder tot wo ist der? oh er springt was auch Wellen mehrere Wellen ja ja toll ich bin tot ich wollte es gerade auffüllen also ich kann es nicht auffüllen wenn er so kass ja ja da hinten hab ich aber äh da hinten bin ich rangekommen nein ja komm ey ja alles klar ey das ist los ey ja 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 ich bin tot nein es ist rum da aber ich glaube das hat nicht geholfen du musst wirklich auf diesen großen Dingern drauf sein jetzt 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 mach Ach, was ist das denn? Ich kann nicht springen. Ja, ich komme in der Mitte ran und dann ist der... Ja, komm, er geht wieder auf mich, ja. Das Problem ist, du musst... Genau, du musst nicht springen. Ja, ich kann nicht springen, wenn ich da drauf schieße und alles auch noch mache. Nein, wieso springt die nicht? Das ist getroffen, ja. Ja, komm! Willst du springen? Nein! Dreimal springen? Ach, komm, ich bin tot. Boah, ey. Aber ich habe überall... Toll gemacht, bist du? Ja, was hat die nicht getroffen? Er muss da direkt draufstehen, hast du das Gefühl? Ja, ja, ja. Das ist eine Scheiße. Ja, du musst da hingehen. Ja, jetzt, jetzt, mach da hinten. Boah, ich bin aber getroffen worden da durch. Ja, das ist optimal, hey, schieß! Boah, ey, meine Hand. Frag mich mal. Warte, 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 warte. Ich bin nur ein Beetle. Ich bin überhaupt nicht die Wasp. Warte, warum hast du auf der Seite? Ich bin ein Mercenari. Ich bin für jemanden, die mir verbeten und schädet. Was? Worms? Slugs? Larva? Nein! Ich bin ein Vegetarier und Gluten-Free. Ich bin ein Nektar. Okay. Na, du kennst die Queen? Sie hat alle Nektar. Wenn du uns ermeeben kannst, kannst du so viel Nektar wie du willst. Ich kann? Ja! Du kannst alles haben. Oh, das ist gut. Was? Was sind wir für? Come on, jump on! Yeah! Ja, das habe ich befürchtet. Oh, here I come! Next turn! Äh, äh, wohin? Make it jump, Cody! I'm trying! Hey, Beetle, slow down! Cody, slow him down! Ich kann nur schießen! Ich kann nur schießen! Mach was! Ja, äh, hallo? Stop backseat shooting! Next, yummy! Oh, der Käfer ist gleich tot! Du musst den Nektar aufsammeln! Oha! Ich muss den Nektar aufsammeln! Ich muss schießen! Ich kann nichts anderes machen! Da, den Nektar! Den kann ich nicht aufsammeln! Ich kann nur schießen! Hallo, ich habe den abgeschossen! Der war anvisiert und ich habe geschossen! Da wird der wohl tot sein! Das weißt du! Also, ich glaube, die Dinger unten muss ich definitiv nicht anvisieren! Ich muss nur die Wespen anvisieren, ne? Ich kann nicht mehr schießen! Ich habe keine Schüsse! Das ist ätzend! Habe ich doch schon! Halt die Klappe! Nein! Hä? Was ist jetzt los? Ja, ich habe scheiße gesprungen! Ich bin scheiße gesprungen! Ach, bewegst du den! Ich steuere den die ganze Zeit! Oh! Ich denke, dass der sich selber bewegt! Nein! Moin! Moin! Ja, ich habe gedacht, der läuft von alleine halt! Deswegen habe ich auch gedacht, du kannst schießen! Nein, das ist wieder... Oh! Hallo! Wieso geht der wieder runter? Mann! Wieso geht der wieder runter? Ich... Visier an! Dann schießt der da drauf und plötzlich sind die weg! Kilo! Und jetzt lauere ich auf die farm! Oh, der Käfer hat einen Schaden... Ein Käfer schaden! Ja! auf die drauen! Was?! Was?! Ich erf Aurier und Ikutでき Ты! Simpson tactical gelangen zu 7 Uhr werden los. Nein, es geht darum Sl camel! Wir sind durchgebrochen. Ich glaube, der Käfer hat es nicht überlebt. Kann das sein? Kein Nektar für den Käfer. Mit Roboter-Wespen. Ja, da ist doch das Eichhörnchen drin. Hast du überhaupt nicht zu? Doch, ich weiß. Supreme, Supreme. Oh. Schieß mal auf diese roten Dinger da von hier. Hallo. Wieso zählt die nicht? Ah, okay. Auf den Bauch. Jetzt. Hallo. Aua. Ist sie weit weg, oder was? Sie wird durch. Okay. Pass auf, sie sind direkt hier. Hier hinten ist was am Rücken. Du musst gleich die Bahn nehmen, Schatz. Ich habe da was drauf gemacht. Nimm die Bahn. Weil die Bahn ist... Die Bahn ist gut, ah ja. Hast du da was gemacht? Ja, ja. Soll ich nochmal hinten fahren? Kannst du? Aber warte, ja, der Schwarm ist fast weg. Oh, 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 oh. Resident Evil, Hilfe. Oh, oh. Äh, warte, warte, warte. Ach, jetzt, 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 hinten rum. Hier, schieß, schieß, schieß. Ja, der hat dann jemand angenommen, glaube ich. Aua. Euch habe ich noch kaputt gemacht. Hallo. Mach nochmal ein bisschen auf die... Oh, ja, okay. Was ist jetzt los? Äh, die, die hat... Scheiße. Was ist das? Die hat kein... Oh, eine Bombe. Achtung. Ich kann mich nicht bewegen. Wo bin ich? Hier bin ich. Ich kann nicht schießen. Hä, was muss man machen? Nee, wir müssen nur ausweichen, glaube ich. Also nur ist gut. Aua. Ich bin tot, ich bin tot. Nein, 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 nein. Ja, als ob ich in der Mitte hier immer schreie. Nein, ich bin tot, pass auf, pass auf. Mach, 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 mach. Bin drin? Bin auch tot. Oh. Bin wieder da? Mach sie fertig. Hallo. Ja, ich kann nicht, was ist das? Ja, geil. Nein. Mach mal da hinten, auf diese... Das ist ein Schutzschuld. Ja, aber sonst... Ich bin tot, ich bin tot. Nein, nein! Du auch. Nein! Ich bin extra weggesprungen, Mann. Oh, es ist dein Ernst, dass wir die ganze Scheiße jetzt wieder... Nee, ist die von vorne. Komm, komm, komm. Das ist die Zwischenstand. Müssen wir irgendwie hinten? Ich fahr mal nach hinten nochmal. Weil irgendwas ist doch hier. Da ist doch hier hinten, musst du hin. Schatz, du musst hinten auch hin. Nein, die dreht sich, die dreht sich. Oh, die dreht sich mit mir mit. Vielleicht... Ich hab aber schon mal drauf gemacht, dass du... Auf dem Rücken? Warte mal, ich versuch's nochmal. Ach, wir dürfen nicht zusammen dadurch. Ich verstehe das. Nee, das dürfen wir nicht. Die haben mich! Achtung! Oh, ich seh' nichts mehr. Snake! Okay, es wird nicht größer, aber... Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich bin tot. Halt durch, halt durch, halt durch. Ich bin da. Nein! Was muss ich machen? Ich kann nicht springen. Ich kann nicht weglaufen. Ich springen und ichsen, immer am besten. Boah, ich bin schon wieder tot, ey. Das hier kann ich überhaupt... Ich seh' nicht, wie hoch ich springe und nix. Nein! Ich lauf da direkt rein. Würdest du mich verarschen? Ja. Ah! Aua! Mach ja was hinten drauf! Ich komm hin. Ist dran! Warte, ich komm rüber. Boah! Konntest du... Konntest du es machen? Ja, ja, du musst wieder neu machen. Ich fahr nochmal hin. Ah, du hol mich weg! Okay, ich hab aber was drauf gemacht. Ja, ja, jede Menge. Yes! Boah! Uh! Äh! Ich brauch was, ich brauch was! Ja! Komm schon! Nein! Oh! Boah, ich muss springen gleichzeitig. Warte mal, da oben hängt aber irgendwie Honig. Ja, das hab ich hingemacht. Ah, nein, nicht schon wieder. Ich hab kein Dings mehr. Ich hab kein Zeug mehr. Jetzt aber. Komm! Ja, ich komm jetzt nicht oben dran. Scheiße. Komm, jetzt visier das an, Mann. Boah, die nimmt so wenig ab, ey. Das ist so abert. Kann man den Kopf nicht irgendwie noch... Aber den kann ich nicht anvisieren. Doch, man muss nur diese Dinger killen, okay? Yes! Boah! WTF! Wuh! Mein Nektar ist leer. Das ist ja gar kein Eichhörnchen. Ach, das ist so eine pummelige Biene in Meier. Eine Rummel. Eine Rummel. Nein, nein, nein. Ich bin die wasp-Königin. Sie fuhrt uns. Nein, nein, nein. Ich hab dir gesagt. Siehst du, es ist ein Roboter. Es ist ein dummer Bumblebee. Oh. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Das ist Nektar. Sie hat Nektar von uns. Nein, nein. Ich nehme meine Nektar. Lass sie ihn aus! Aaaaaaargg. Oh. W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W-W. Help me, du etwas! Kodi. Ja? Schraub den Nektar-Tank. Okay. Ah. Let's see if this sting will! Das war ja Nicole. Are you okay? I have nothing to live for now. I'm no longer a wasp queen. What's the point if you can't be special? But you are special. You are one of the noblest pollinators in nature. I am? Yeah, of course. Bees pollinate crops that feed 90% of the human population without you guys. Humans would just die. He's right. Really? So I am special? No! You're a traitor. And you two? Why haven't you killed the traitor? She helped save us. Yeah, I'm special. Yeah, and all the wasps have gone. I mean, we don't need to kill her, do we? Oh, so you're on the same team now? Shoot them all! No! No! No, 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 no! Come on, quick... Quick! Good luck! Hey! Take us with you! Hey! We just saved your furry ass! Verse 3 Come on, Cody! Over here! Verräter. Was? Warum muss ich immer drive? Okay, ich drive. Es ist ja auch deine Unterhose. Stimmt. Man die Kanonen. Man die Kanonen. Kodnüsse. Jetzt wollte ich hier so einen schönen Cut machen, dann funktioniert das nicht. Du musst da... Mach den Weg frei. Au. Schreck dir mal ein bisschen ruhiger hier. Ich musste schießen können. Ach, ich habe auch Dauerfeuer. Ach, sag das doch. Du hast auch Dauerfeuer. Ja, ich bin das nur gewohnt, dass sie diese drei Schüsse hat. Oh, schneller. Schatz, du kannst doch eigentlich besser fliegen in so Kru als ich. Also los. Ah, fuck. Ich bin hängen geblieben. Das ist dicht halt jetzt. Müssen wir jetzt noch ganz vorne wieder? Oh, nee, ne? Ja, gut, das war jetzt nicht so viel. Und ich denke, hoffe, du kannst jetzt ein bisschen besser steuern. Nö, nö. Ach, damit kann ich... Ah! Okay, aber das ist scheiße, wenn du so ran suchst. Mann! Oh! Mann! Mann, warum geht das nicht? Der fliegt genau wie du. Ach so, ich kann mich drehen. Sag das doch. Wow. Ich dachte, ich kann jetzt nur noch zurückgucken. Ich muss mich verarschen. Geht das mal weg hier? Hä? Nein! Auch bei mir ist das Game gerade gecrasht. Nein! Wenn du rausgegangen bist, müssten wir da eigentlich weitermachen. Ja, das ist aber kurz davor, ja. Also, da sind wir wieder. Irgendwie... Macht das Spiel uns heute nicht? Habe ich so das Gefühl? Ah, nein! Oh, was machst du? Ja, hallo? Die greifen schon wieder an. Oh! 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 Freiheit! nein das war ein schleudersitz aber nicht für mich muss ich mir in den arsch treten hatte doch gesagt das war das war nicht gut ich habe mir jetzt geschlagen und dann ist alles explodiert was war das muss aufpassen ja ja ich muss das steuern oder was das ist ich bin ja gar nicht mehr da ja geil ich bin gleich tot wie kann ich denn diesen komischen angriff da ab abwehren watch your moves du musst deinen muss murschen ach du bist gar nicht runtergestürzt ich dachte ich werde abgestürzt aber deshalb habe ich auch nicht gerafft dass ich steuern muss ich wollte dir schön zugucken aber ich kann es immer noch steuern immer rüber du musst steuern mit die musik ist ja ich passen dazu keine ahnung was die zählischen gründen habe ich ja keine das war zu weit das war ein bisschen weit ja wir machen das ich geil aber er hat gespeichert immer schon mal etwas oh nein warum machst du nach links wenn ich rechts ich links wollte das habe ich nicht gesehen dass du darüber gemacht ich bin noch extra darüber gesprungen sollst du dich rüberspringen du weißt dass ich immer wenn es eine auswahl gebe nach rechts gehe ja du bist ja auch rechts ja komm und das heißt was da rein hier rum ins haus da oben ins window ins window ins mitten rein ins window du gehst zu weit nach links du gehst du gehst du da unten im Mummy, look who I found, Moon Baboon. Remember him? Oh, do you have that headache again? Okay, I won't bother you. But when you feel better, maybe we can play with Moon Baboon again. And all the other space toys you got for me. We haven't played with them in a long time. Oh, and I talked to Dad. I think he wants you two to become friends again. Just wanted you to know. I don't know. Woa, 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 woa! That is the last time I'm flying by the seat of your pants. Oh, ha ha, you're a real comedian, you know that? Thank you. Look, there she is. Oh, I miss her. Do you think she's okay? She looks fine. I mean, she's playing like nothing happened. Thank goodness. Let's go and talk to her. Yeah, but we should be careful. We don't want to scare her. Are you saying I'm too harsh with her? No, no. I meant she might get scared when she sees us. I mean, look at us. We've turned into a couple of dolls, remember? Of course I remember. Ay, 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 ay. Are you really ready to talk to Rose? Why not? She's our daughter. Well, can you talk to her without fighting each other? Of course we can. Rose isn't the problem. He is. She is. What? You see? I don't think you are ready. Wait, is he trying to stop us? I think that he is. And are we going to let him? No! Wait. What if we can't make Rose cry? What? We have to. Or we'll be stuck like this forever. But she hardly ever cries. Yeah, I know. Look, we'll, uh, we'll figure something out, okay? We just, we really need those tears. The bigger the better. Okay. 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 Also irgendwie gefiel mir diese Einstellung mit der Kamera jetzt gerade so gar nicht. Diese komischen Geräusche dabei, diese ... Wie so ein Roboterhund oder so. Also so ne, von den ... Das hört sich so ein bisschen wie ein Hund an. Aber, ähm, ja, das Aufnehmen halt nicht. Ja, ähm, da wir ja noch dieses kleine technische Problem hatten und der Apio offensichtlich ein größeres kopftechnisches Problem hat, ähm, werde ich, würde ich mal sagen, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Vielleicht geht's dem Epi dann auch kopftechnisch wieder ein bisschen besser. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.